2019 ist auch für die Ortsgemeinde Jungenheim ein bedeutsames Jahr, nicht nur wegen der Kommunalwahl, sondern es geht auch darum, Projekte umzusetzen, die in den letzten Jahren vorbereitet und geplant wurden. Dazu ist für Jungenheim zentral die Umsetzung des Projektes Wohnhöfe auf unserem alten Zuckerrübenplatz. Wir hoffen, dass es da zeitnah zu einem Spatenstich kommt. Des Weiteren die Umsetzung des Gewerbegebietes Wiesenweg 2. Hier geht es jetzt zunächst darum, die Grundstücke anzukaufen und dann über Sommer mit der Realisierung zu beginnen. Und ein Projekt, was wir seit Jahren in der Vorbereitung haben, ist das Feuerwehrgerätehaus. Hier hoffen wir, dass wir die notwendigen Grundstücke erwerben können und mit der Verbandsgemeinde gemeinsam in die Planung einsteigen können. FUNK FUNK Untertitelung des ZDF, 2020